und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge overwatch mit dem format a noob goes ranked. Ich bin der Noob und ranked bedeutet, ja, ne, hier, ne, ranked matches und so. Wir probieren Tank. Okay, wir probieren können Tank. Wir nehmen wieder den hier. Ich habe jetzt zwei Matches ohne euch gespielt. Das eine Match habe ich euch nicht gezeigt, weil wir einfach komplett vernichtet wurden. Die hatten alle goldene Waffen. Ich weiß, das bedeutet nicht, dass die Waffen stärker sind, aber es bedeutet, dass sie auf jeden Fall schon sehr viel ranked gespielt haben und dann, ja, die haben uns halt einfach zersicht, ja. Und in dem anderen Match wurde im Shad rumgeflamed ohne Ende, wo ich mir so denke, Leute, warum muss das sein? Oh, naja, okay. Reinhard kriegt unseren Dingsbums. Unser Heilkückel hier. Ich muss sagen, ich feiere ja diesen Roboter-Peace-Typen schon ein bisschen hart. Ich habe gehört, das ist unser Punkt. Macht euch alle weg hier. Ihr kriegt alle meine Kugeln ins Gesicht. Nur, dass ihr das wisst. Doch. Genau das gibt es nämlich. Das ist unser Punkt. Den kriegt ihr nicht, ja. Alles meins. Und ich muss euch halt auch kein Match zeigen, wo die Leute sich im Chat gegenseitig zerpflücken. Nur, weil manche kleinen Kids der Meinung sind, sie sind die obersten Oberpros. Und im Endeffekt kriegen sie halt einfach mal nix geschissen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Heilkückel schon relativ hilfreich ist. Weil unser Affe, der macht gerade richtig Radau mit dem Ding. Ist das richtig, was wir hier machen, dass wir so weit vorlaufen? Autsch! Autsch! Hat er gedacht, der Affe. Erstmal die Ulti von der Mei gekontert. Wir hätten ihn fast gehabt, aber wir mussten neue Kügelchen aufsammeln. Mist, Mist, Mist. Der Kreislauf beginnt von vorn. Ich glaube nämlich, das war nicht richtig, dass wir da jetzt alle hin sind. Weil wir konnten ja da in dem Augenblick nicht cappen. Aber naja, so läuft es halt manchmal. Tschüss! Boah, wir haben ihn mit allen Kugeln getroffen. Es hat aber nicht gereicht, wie es scheint. Ich wollte es halt probieren, ob man es damit schafft, den Worldhawk zu one-hücken. Dem war nicht so. Falls ihr es nicht gesehen habt. Unbedeutender Rückschlag. Ja, aber es ist nur ein unbedeutender Rückschlag, weil mein Team, ja, unsere... Unsere Gedanken sind in Harmonie. Unsere Gedanken sind einfach voll in Harmonie. Und deswegen ist das auch alles gar nicht so schlimm. Und so ist der Feind. Erste Runde. Der Runde. Und deswegen haben wir ja jetzt auch die Runde gewonnen. Den haben wir noch schnell weggemacht. Dem haben wir noch eine Kugel auf den Bauch gewandt, äh, geschossen. Alles klar, das war Runde 1, Leute. Hier sind eigentlich die Videoqualität. Wäre cool, wenn es mal einer sagen könnte, wie die Videoqualität ist. Auflösung. Gibt es irgendwelche Ruckler? Ist irgendwas verschwommen? Ich glaube, ich habe das schon einigermaßen gut hingekriegt, dass mit der Videoauflösung... Hat auch nur 200 Videos gedauert, bis ich das hingekriegt habe. Achso, du wolltest mal eine Kugel haben, ne? Bitte. Mach mal. Mein Ultimate ist noch nicht bereit. Sehr gut. Sieht doch cool aus für uns. Wir schießen mal unsere Christbaumkugeln in die Richtung. Oh, da ist bestimmt irgendwer unterwegs. Leute, wir müssen hier einnehmen. Oder geht das auch ohne? Ich habe keine Ahnung, echt. Jetzt kriegst du mal meine Heilkugel. Sieht so aus, als könntest du die brauchen. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Einfach schön die Kugeln da rein spammen, weißt du? dahinter wieder mal E drücken. Oh. Das ist schlecht. Ich hab gerade überlegt, ob ich meine Ulti drücke. Hätte ich's mal gemacht. Alter. Did you see that? He just wiped us out of the map. Leute, wo seid denn ihr? Spürt die heilende Ruhe. Oh nein. Ich kenne den Zweifel, die nicht bleiben. Oh. Oh, der Genji trifft ziemlich gut. Das muss man ihm schon mal so lassen. Wie er auch die ganze Zeit mit dem Fadenkreuz auf einem drauf ist, ne? Das ist schon ziemlich krass. Das ist schon ziemlich krass. Ich brauch bitte jemanden, auf dem ich meine Kugel schmeißen kann. Ich muss leider hinbleiben. Ich kann mir das nicht so weit vortrauen. Das ist nicht mein Job. Ich bin ans Mikro gekommen. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen in der Bruch gehört oder so. Mein Geist steht in Flammen. Puh. Jetzt haben wir zurück. Wieder. Affe, was machst du? Sei nicht... Sei kein Affe. Komm. Komm zurück. Sei kein Affe. Oh. Mei-Ulti und den Reifen rein. Das war nicht verkehrt. Vorsicht gegen ein unbedeutender Rückschlag. Oh, das wird knapp, Leute. Das wird knapp, Leute. Rede eins für die Universität. Aber ich glaube... Es wird uns geschützt. Ja, haben wir. Sieg. Sieg. Tja, Rotor. Gibt es nicht mit gerechnet, wa? Peace, würde ich so sagen. Einfach nur Peace. Peace und Frieden. Peace und Frieden. Unser Hansu hat Highlight oder was? Schauen wir doch mal, was er gerissen hat. Alles klar. Er hat einfach halt reingehalten. Alles klar. Er hat halt reingehalten. Hier, komm. Der primäre Heal bekommt die Votes. Ist einfach so. Wenn euch dieses Match gefallen hat, dann lasst doch ein Like da oder vielleicht sogar ein Abo. Wenn ihr mich abonnieren solltet, dann drückt doch auch auf das kleine Glöckchen, damit ihr nichts verpasst. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.